Nein, ich verbiss mich von hier. Noch einer Main hinten. Toxtick drin. Slash mal! Ja, kommt jetzt. Hab keinen gesehen. Kannst du nachsmoken? Nö, ich hab nix. Ah doch! Genau wegkommen gerade. Noch einer Main. Oh! Hast du den gesehen? Nö, ich leb noch. Der war über 7 krank, ohne Witz. Das hätte vorher gepasst, hast du den gesehen? Der war so heftig, Mann. Ja, weil der kam in zu schnellen Abstand. Ja, ja. Ich hab auch voll hoch gepflegt, Mann. Wo ist die Tür? Ja. Ja. Ja.